Ich bin Christian Schramm, Schauspieler, Speaker und wenn Sie möchten, Ihr persönlicher Coach. Ich helfe Ihnen dabei, das Leben zu führen, das Sie sich wünschen und in dieser Reihe will ich Sie motivieren, Ihre Erfolgsgeschichte neu zu schreiben, gerade wenn Sie beruflich oder auch privat voll gefordert sind. Aus meinen Coachings weiß ich, dass ganz viele Menschen davon träumen, sie hätten den Alltag im Griff und sie könnten diesem verdammten Hamsterrad entfliehen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie hätten die Chance für einen Neuanfang. Ja, Sie könnten tun und lassen, worauf Sie Lust hätten. Sie hätten einen super Film mit garantiertem Happy End. Ta, das wäre doch zu schön, um wahr zu sein, oder? Ach, hör doch auf, sagt unser liebster Feind, unser Verstand, das gibt's doch nur im Kino. Kann gut sein und genau deshalb gehen wir da ja auch so gerne hin. Gegen Kino ist überhaupt nichts einzuwenden, aber wenn Sie aus dem Hamsterrad raus wollen, gehen, wenn Sie Ihrem Leben eine neue Richtung geben möchten, dann reicht es nicht, wenn Sie im Kino sitzen und Ihrem Hauptdarsteller zuschauen. Dann müssen Sie sich bewegen. Haben Sie, liebe Zuschauerinnen, sich schon mal überlegt, wieso Sie sich Ihren Lieblingsfilm, vielleicht Pretty Woman oder Sex in the City, schon gefühlte hundertmal reingezogen haben? Oder Sie, liebe Zuschauer, haben Sie sich schon mal überlegt, warum Sie sich Ihren Lieblingsfilm etliche Male angeschaut haben und noch mal und noch mal. Nun, vielleicht liegt es ja daran, dass es einfacher und auch viel bequemer ist, wenn Sie zu Hause sitzen auf Ihrer Couch oder auch im Kino und Ihrem Star zuschauen, wie er oder Sie alles das hinbekommt, alles das durchlebt, was Sie sich in Ihrem Leben einfach nicht trauen. Wissen Sie, was der Regisseur zu George Clooney sagt, bevor die Szene gedreht wird? Ich sag's Ihnen. Action. And Action. Frei übersetzt heißt das so viel wie, lieber George, komm jetzt in die Gänge und mach Aktion. Mach Aktion. Und genau darum geht's bei Ihnen. Wenn Sie Bewegung in Ihr Leben bringen wollen, dann müssen Sie sich bewegen. Deshalb meine Devise, Schluss mit Popcorn. Stehen Sie auf und machen Sie sich bewusst, dass Sie der Regisseur Ihres Lebens sind. Sie sind derjenige, der bestimmen kann, jeden Tag aufs Neue, dass Sie jederzeit die Chance haben, neue Dinge in Ihr Leben zu bringen. Aber Sie müssen Aktion machen. Das heißt, gehen Sie walken, gehen Sie joggen, machen Sie Sport, machen Sie Power-Yoga, gehen Sie schwimmen oder gehen Sie tanzen. Und Sie werden sehen, dass genau diese Aktivitäten Ihnen die Energie, die Kraft und auch die Motivation geben, die Dinge in die Wege zu leiten, die Ihnen wichtig an Veränderungen sind, um aus Ihrem Hamsterrad des Alltags zu entfliehen. Fangen Sie heute an damit. Machen Sie es heute Abend. Rufen Sie Ihre besten Freunde an und gehen Sie zum Tanzen. Bitte schreiben Sie mir, was Sie in Bewegung gebracht hat und welche Aktivitäten es bei Ihnen sind, die Sie befreit haben vom Hamsterrad. Wenn Sie möchten, schreiben Sie mir auch persönlich unter schramm.eigenewege.com. Ich freue mich auf Ihre Kommentare und natürlich auch auf die nächste Reihe, Ihr Christian Schramm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020